Ja hallo, moin moin Leute, ich bin's, euer Basti und heute stelle ich euch die 12W39A vor. Und zwar gibt's nur ganz, 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 ganz kleine Änderungen. Nämlich wurde wieder etwas am Sound rumgespielt, die Wölfe, die hecheln jetzt nämlich. Äh, also das ist eine dieser Änderungen. Mehr habe ich irgendwie nicht herausgefunden, ich hab ein bisschen rumprobiert, aber ich weiß, dass die Wölfe hecheln. Hecheln mal. Habt ihr das vielleicht gehört, ich weiß nicht. Und was macht ihr da? Ja und dann wurde das Lichtverhältnis mit den Slabs und so, das wurde irgendwie korrigiert. Ich weiß jetzt nicht genau was, also die hätten das etwas differenzieren sollen, damit sogar ein Basti das blickt, aber ich blick's nicht. Ich meine nämlich, dass damals, also da unten drunter hier, brennt Licht. Und, äh, früher ist das Licht da durchgekommen. Und jetzt, ähm, wenn ich hier das Zeug da drüber mach, die Slabs, kommt das Licht nicht mehr durch. Aber hier dann, ähm, merkt ihr, wenn ich das anmache, dass dann hier, äh, ja, wieder Licht alles überall kommt. Und, also so wirklich hab ich das nicht verstanden, auf jeden Fall, äh, ja, kann ich da jetzt auch nicht wirklich viel was zeigen. Dieser Snapshot ist eher klein. Ich kann euch mal vorlesen, was alles drin steht, beziehungsweise ihr könnt es in der Beschreibung nachlesen, aber ich lese es trotzdem mal vor. Das Lightning System Overhauled, also das, äh, Licht, äh, System wurde überarbeitet. Einige Blöcke wurden, äh, äh, jetzt, äh, interagieren jetzt korrekt, äh, äh, korrekt mit dem Licht, so wie Stairs und Slabs. Ähm, Few Sound Tweaks, also neue Sounds, oder wenige, einige wenige Sounds. Fixes Witch being white for some, also irgendwie was mit Witch, das kann ich, also ich bin kein Englischkünstler, aber ich kann mal die Witch herholen und wir gucken mal, ob die Witch da irgendetwas kann. Hallo Witch. Da, ah, okay, okay, fail, so. Witch. Hm. Muss ich das verstehen? Okay. Was tut die Witch? Na ja, äh, wenn ihr genau wisst, was diese Change Logs, äh, alles bedeuten, dann, äh, schreibt mir es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich möchte es wissen und einige andere denke ich auch. Und ansonsten gibt es nur mehr Bugfixes. Also ein ganz kleiner Snapshot. Bis dann zum nächsten Snapshot oder nächsten Video überhaupt. Euer Basti. Ciao.